Wie suche ich nach Studien für meine wissenschaftliche Arbeit? Ein kleines Erklärvideo. Das ist Lena. Lena studiert Soziale Arbeit an der Evangelischen Hochschule in Bochum. In einem Kurs zum wissenschaftlichen Arbeiten hat Lena gelernt, dass Studien als Quelle sehr wichtig für die Erstellung von wissenschaftlichen Texten sind. Nun fragt sie sich, wo und wie sie Studien zu ihrem Thema findet. Mit einer Suche im Internet über eine gängige Suchmaschine kommt sie nicht weiter. Vielleicht kann die Bibliothek ihr ja weiterhelfen. Die gute Nachricht ist, sie kann. Mit diesem kleinen Lehrvideo möchten wir Ihnen einige Tipps mit auf den Weg geben, wie Sie nach Studien suchen können. Wir können Ihnen leider nicht die unterschiedlichen Studientypen erklären. Auch können wir Ihnen keine Garantie abgeben, dass Sie eine Studie zu Ihrem Thema finden. Dennoch hoffen wir, dass diese Tipps Ihnen bei der Suche weiterhelfen. Viel Spaß bei dem Schauen des Videos. Tipp 1. Wo suche ich nach geeigneten Studien? Es gibt nicht das eine Rechercheinstrument für Studien. Vielmehr muss man die richtige thematische Fachdatenbank für die Suche auswählen. Wenn ich zum Beispiel nach Studien zu sozialwissenschaftlichen Fragestellungen suche, beispielsweise Entwicklung der Kinderarmut in Deutschland, sollte ich auch sozialwissenschaftliche Datenbanken nutzen. Eine erste Übersicht über verfügbare Datenbanken findet man auf der Bibliotheks-Homepage unter Angebote, Fachdatenbanken und ausgewählte Fachdatenbanken. Zusätzlich kann man auch in einer wissenschaftlichen Suchmaschine wie Google Scholar nach Studien suchen. Hier ist die Suche auch thematisch übergreifend möglich. Tipp 2. Wie finde ich Studien? Sowohl in Bibliothekskatalogen als auch in Fachdatenbanken ist meistens das Schlagwortstudie als Formatschlagwort nutzbar. Sie können also die Suchergebnisse mit dem Schlagwort Studie eingrenzen, wie zum Beispiel hier im Fachportal Pädagogik oder auch in unserem Bibliothekskatalog. Alternative Schlagwörter dazu wären zum Beispiel das Synonym empirische Untersuchung oder die englischsprachige Übersetzung Study. Auch bei der wissenschaftlichen Suchmaschine Google Scholar kann man Studie zusätzlich zu den pneumatischen Suchbegriffen verwenden. Tipp 3. Achten Sie auf die Publikationsart. In den meisten Fällen werden Sie in Datenbanken Veröffentlichungen über Studien finden, zum Beispiel Zeitschriftenaufsätze oder Sammelwerksbeiträge. In diesen Veröffentlichungen werden meistens nur Auszüge aus der Studie gezeigt und vorgestellt. Sie bekommen im Literaturverzeichnis aber einen Hinweis auf die veröffentlichte Studie und falls diese frei verfügbar im Netz ist, können Sie diese auch sofort aufrufen. In diesem Beispiel wurde nach Studien zum Thema Rechtsextremismus in der sozialen Arbeit gesucht. In der Datenbank wurde ein Zeitschriftenaufsatz gefunden, der auch online einsehbar ist. Im Literaturverzeichnis dieses Aufsatzes befand sich dann der Link auf die direkte Studie, die frei verfügbar als Download im Netz bereitsteht. Tipp 4. Kontaktieren Sie den Herausgeber der Studie. Manchmal finden Sie nur Publikationen über eine Studie, aber nicht die Studie selbst, da diese nicht veröffentlicht wurde. In diesem Fall können Sie versuchen, den Ersteller der Studie anzuschreiben und um Zusendungen zu bitten. Wie in diesem Fall, wo eine Studie erstellt wurde, sowie und warum Benachteiligtenförderung gelingt. Hier können Sie Informationen zum Ersteller finden. Es gibt natürlich keine Garantie, dass Sie die Studie erhalten, aber ein Versuch ist es allemal wert. Tipp 5. Verzweifeln Sie nicht. Wenn Sie zu einem Thema mal absolut keine Studie finden, dann kann es durchaus sein, dass hier zu dieser Fragestellung noch nichts empirisch erhoben wurde. Machen Sie in dem Fall Ihren betreuenden Lehrenden auf diese Situation aufmerksam. Vielleicht bekommen Sie ja noch einen kleinen Tipp zur Suche. Lena ist total happy, dass sie nun ein paar Hinweise dazu bekommen hat, wie sie nach Studien suchen kann. Sie weiß auch, dass sie sich mit ihren Fragen immer an die Hochschulbibliothek wenden kann. Jetzt kann sie mit der Recherche loslegen.